. 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 Schön. Ich hätte vielleicht mal heilen sollen. Das wäre echt gescheiter gewesen. . 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 Aber ich kann dir sagen, Kelly auf einfach musst du schon wirklich richtig verkacken. Oh! Destiny unfurls. Hope you're ready! Nice! Big win! Fine work. Another victory. I'm stronger than before. Ooh! When I'm stronger than when I'm stronger than before you can't even know what you've got to go outside. I'll be like- macht keinen scheiß nimm die Rüderung das Rüderung Alter, come on jetzt ja alter, team hat noch mehr in der Gegendung aneinander da fuhr da fuhr da fuhr ich hab, äh, Kelly, es gibt tatsächlich unterschiedliche, ich hab nur meistens dieselben dabei die haben leider auch meistens dieselben hey, erda macht uns weg ja, wir haben da eigentlich schon ganz falsch angefangen, ne? so, last time wenn jetzt wieder einer flöten geht ah, er kann nicht mehr, ne? er geht auf uns ich komm dahinter, wir haben das Arschwecken, wir sind verfluchte Scheiße ihn, auf ihn put me in there also dann, da war danke fürs reingucken, dir noch einen schönen Abend schlafgut, räumer schönes falsch geplant falsch geplant ja, ich war ne dreier Dinger wir sind echt zäh im Vergleich zu vorher zu dem Rest des Spiels sind die echt übel die Gegner hier ok, wir versuchen was ok, wir versuchen was wobei ich die Vermutung habe das bei meinem Troi gleich Flaynops gehen wird auf geht 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 hier Items Dann fliegen wir mal die großen Gutscher raus Das braucht keinen Mist Haben wir den hier noch Was ist meine Strategie? Go Leveller Ich habe mich vergessen Das ist entscheidend Stay down Sie kommen eins von eins aus dem Soutern Wenn wir nicht den Kapitän Was ist meine Strategie? Ja wie will ich denn? Okay ich muss echt komplett so zurückgehen oder? Muss ich Es ist gehalten Aber es gibt eine bestimmte Recht Alle Initiatoren in der Kirche müssen in der Kirche In dieser Recht Eine Einst der Einst von Jeden Einstoses Die 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 haben die Fodlan wird keine Zukunft haben. Zwei Arme! Sie sind bereits befestigt. Die weißen Wäste sind die, in denen Rea's Blut stärker fließt. Bis wir sie wegnehmen, werden wir nicht so viel wie zu retten. Verdammt! Nachdem das alles passiert ist, warum müssen wir Frau Rea töten? Was ist der Plan? Was ist meine Strategie? Lass uns das schlafen. So, wo ist denn der jetzt hier? Da! Ich bin awake! So, wen greifst du an? Inia! Let's go! Wie greifst du jetzt an? Nee! Hier da hinten wieder was! A la Fuyu! Echt, als würdest du wieder auf dem gehen, ja? Ich werde sie verbrechen. Ich werde sie verbrechen. the k As K ja Se. er dann die die la his Cup Ich habe das Gefühl, ich bin zufrieden. Ich habe das Gefühl, ich bin zufrieden. Das wird helfen. Wenn du 10 Anwendungen hast, dann bleibst du da stehen. Wer da hinten ist noch, aber mit dem sollte er fertig werden. Alter, Sylvain, wie wär's denn, wenn du mal blockst, wie sonst auch? Nice. WB-Gluidon. Jetzt können wir sagen, dass die hier um einiges sehr sind. Nice. Obvious. Don't try and stop me. Echt jetzt, Kasper? I don't train for fun. Auf jeden Fall von Nachmittlung. Echt jetzt? Oh mein. Das hier gibt doch immer schön. ja ich bin per göttlicher impuls einmal zurückgegangen und jetzt habe ich komplett noch mal auf anfang ich dachte mir geht schon auf vier fronten leider nicht kämpfen da keine gute idee auch auf einfach nicht oh great mit hast du nicht dahin So, erstmal auf engem Raum aufholen und dann ausbreiten. Nach Südien. We will help. Let's win this already. Let's win this. 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 Es wird dein Glückwesen sein, Sylvain. Sie kann sich natürlich nicht bewegen. Alter. Die ganzen Miss wurden im Spiel über gesammelt und jetzt wird er eingefordert. Ich merke es gerade. Alter, really? Der ist weg. Also ist er. Das Problem hier ist, jetzt kommt ein rechtes fette Fisch. Sie kann sich nicht bewegen. Und da rein. Die da vorne hinsetzen sollen. Das wäre gescheiter gewesen. Sie können nichts machen. Nein, du Nervensegel, kommst du gleich wieder. Schön, Silber. Doppelschön. So, da müssen wir drauf fahren. Da drücken ist auch noch einer. Alter, das kann es doch nicht sein. Oh, was kriegst du so scheiße Schaden hier, ey. So, weg. Doppelschön. 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 Schöne mir! So. Wie lassen wir hier stehen? Nein, das war nicht geplant. Oh, geht nicht. Und du hast ja auch ein Purgative. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Der ist nicht schön. Der ist besser. Langsam bekommen die immer vernünftige Küchbärte. Schade, dass das letzte Kapitel ist. Da sind wir doch nur 21. Jetzt kommt da unten rein, oder? Einer oder mal. Das ist es. Das letzte Kapitel. Raya! Ich habe diese Form nicht gesehen. Das ist etwas, nicht wahr? Es ist ein Schade, dass wir sie töten müssen. Schade, dass wir sie töten müssen. Schade, dass wir die Forschung haben. Das ist etwas, nicht wahr? Das ist ein Schade, ne? Kann sein, wahrscheinlich ist der kurze E-Pilo Kapitel 22. Also der Zählstand müsste zumindest das 22 sein. Was du dich nicht auf dem Blatt verwechselst. Das sehen wir dann. So. Echt dahin. Okay, und hier haben wir auch noch eine Ard-Jump. Nichts. Oh oh. Alter echt jetzt Reis Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Jetzt zweit weg, oder? Nice Nice one 204, ey, das ist der kleinste Archer Der kleinste Archer hat er meistens in Gretraus, ey